10.000 Euro für den, der in 24 Stunden am meisten abnimmt. Und das sind die Teilnehmer. Let's go! So Leute, bevor es jetzt richtig losgeht, würde ich sagen, ich wiege mich erstmal. Ich muss ja wissen, wie viel ich wiege. So, wir haben hier die Waage und ich gehe da jetzt drauf. Ich wiege. Alter, 82, 82,5. Ey, ich muss auf jeden Fall richtig abnehmen heute, sag ich euch. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir wiegen uns jetzt einfach mal. Was ist unser Startgewicht? Es sind einfach mal 75,1. So Leute, jetzt wiege ich mich erstmal. Einmal 31,9 wiege ich. Und wir gehen jetzt auf die Waage. Ich bin sehr gespannt. Okay, es ist noch nicht ganz sicher, aber heizt ab. Ich wiege einfach genau 80 Kilo. So Leute, ich bin zum Start erstmal direkt ins Schwimmbad gefahren. Ich würde sagen, schwimmen und rutschen, damit ich richtig dünn werde. Und dann hole ich mir die 10.000 Euro. Let's go! So Leute, ich bin jetzt auf jeden Fall zur Rive gejoggt. Digga, das ist so lang gewesen, Bro. Ich habe eine Stunde gebraucht. Ich habe jetzt hier den Fußball. Jetzt holen wir uns erstmal ein geiles Frühstück, Leute. Und zwar einmal hier gibt es diesen Super Mario Zimtstern-Smoothie, Leute. Und was ich jetzt noch mache ist... So Leute, und zwar gibt es hier dieses Pulver zum Einfärben von Getränken. Ich wollte mir jetzt hier eine 0 Kalorien Power Rate eigentlich selbst färben aus Wasser, Leute. Aber ich glaube, ich muss Gold nehmen. Ich färbe mir dann einfach ein goldenes Getränk, damit das Wasser ein bisschen besser runtergeht, Leute. So Leute, ich gehe jetzt zum Candy Store, weil da ist ja ganz, ganz viele gesunde Sachen. Und ich bin schon drei Kilometer gelaufen. Ich hole mir jetzt hier ein paar Sachen. So Leute, ich nehme jetzt erstmal hier die Blue-Yi Takis. Die müssen immer sein. Okay, mein Plan ist es, ich werde heute... Ich glaube, ich versuche heute nichts zu essen und nichts zu trinken. Und gleichzeitig noch eine dritte Sache zu machen, das zeige ich euch gleich. Boah, ich hoffe, ich kann das durchziehen. Ich hoffe, es wird nicht zu schlimm. Ihr seht schon, hier gibt es diese Gym-Gurke. Und die werde ich auf jeden Fall nehmen, weil ich zeige euch gleich, warum. So Leute, ihr könnt nämlich unendlich davon essen, weil ihr seht schon, das Ganze hat 0 Kalorien auf 100 Gramm. So Leute, und hieraus werde ich jetzt meine Self-Made Power Rate in Gold machen. So Leute, ich habe tatsächlich hier knapp 20 Euro bezahlt. Man muss aber auch sagen, dass dieses Gold-Pulver alleine schon 10 Euro war. So Leute, die Ferro Ego nehme ich auch noch, weil von denen schwitzt man auch ganz, ganz viel. So Leute, die Mitarbeiterin kippen ich jetzt, ich hole jetzt richtig viele Kakis. Ich werde dann richtig drin, weil es für die 10.000 Euro sind. So Leute, ich habe jetzt richtig viele Kakis, weil ich werde so dünn sein, ey. Weil ich werde das schwitzen, ich werde so dünn sein. So Leute, ich werde jetzt mal die Reifen rutschen. Boah, Alter. Ey, die ist richtig schnell, die haben die jetzt schneller gemacht, Leute. Oh mein Gott. Die haben die viel schneller gemacht, nicht mehr abnehmen. Boah, die ist so schnell, sag ich euch. Junge, Junge, Junge. Wer war Pummel? Oh mein Gott. Mega. So schnell. Boah. Und dann noch Zuschauer. Boah. 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 Mega. Und als erstes würde ich sagen, rühren wir uns hier unser eigenes Goldgetränk an mit 0 Kalorien, Leute. Boah, einfach hier richtig geil viel Gold rein. Alter, ey, das ist, ey, no joke, das ist direkt viel krasser. Jetzt testen wir den Super Mario Smoothie. Boah. Alter, das ist so, schmeckt richtig nach Weihnachten, Bro. Ein bisschen was zu essen brauchen wir ja auch, ne? Alter. Junge. Ich ziehe da jetzt die Gurke mal raus, Leute. Jogi schaut euch die mal an ey, Reuze. Mhh, alter ist die salzig Bro. Bisschen später, wir fahren jetzt ins Gym. Bisschen Sport machen kann glaube ich vom Abnehmen nicht schaden, das wäre würde ich sagen. Grün. Okay wir sind auf dem Laufwand, jetzt go. Ich muss das durchziehen, ich muss gewinnen. Geschwindigkeit hoch, Steigung hoch, damit es auch schön anstrengend wird. Oben sind auch die Kalorien die gezählt werden, so ich muss das jetzt im Handy weglegen und laufen. So Leute, erstmal hier die alle, oh, so Leute, ich kaufe das jetzt erstmal alles und esse das jetzt alles, wir sehen uns im Auto. So Leute, ich stelle jetzt hier die Drehtourrutsche rutschen. Okay das ist die Rutsche, es geht los, wow, sie hat das Drehtour, oh mein Gott, ist die schnell, ich bin so dünn, wow, oh mein Gott, ooooh, Junge, ist das schnell. So Leute, die war schon krass. Ich gehe erstmal hier hinten hin, erstmal ein bisschen hoch halten Leute, mal schauen was ich hinkriege noch Leute. Mal schauen, ob wir 10 erstmal schaffen. Alter, direkt 11 Leute. Ich muss sagen, es wird echt härter als gedacht. Ich glaube ich muss irgendwas trinken gleich, es ist zu hart. Ich sage es euch ehrlich, wie es ist, ich werde auf den Tag halt den Gym verbringen, wir sind schon wieder bei der nächsten Übung, mal schauen was die anderen machen. Ich fetz das jetzt alles richtig weg. So. Boah Leute, die sind ja richtig scharf, aber ich mag scharf. Okay, jetzt erstmal das Eistopftgetränk. So Leute, ich werde jetzt erstmal das Eistopftgetränk schwenken. Boah, die Frau hat gesagt, die kommen aus Brut rein und die machen richtig dünn. Weil schau, diese Stange ist ja richtig dünn, deswegen werde ich auch dünn. Das kommt schon, das Dünne kommt schon. Okay Leute, ich würde sagen, es ist Zeit mal für ein paar Torschüsse jetzt. Okay, nice. Alter, der war ja mal ultra fail Leute, da bin ich komplett abgerutscht. Na Leute, gleich geht's los. Ich habe nie gerutscht, das erste Mal in meinem Leben. Ich habe ein bisschen Angst. Boah. 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 Oh mein Gott. Alter, die das hier runter. Junge, die ist ja unterschnell. Boah. 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 Oh mein Gott. Dicker. Bruder. Ich bin stecken geblieben. Ich stecke fest hier. Alter, ist wie krass. Kennt euch das mal, Junge? Es gibt mich. Oh mein Gott. Boah. Boah. Bruder, das war ja richtig krass. Boah Leute, die hier habe ich auch aufgerückt. Gar keine mehr drin. Ich habe jetzt drei Primes getrunken. Ey, die waren so lecker. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter. Und zwar, Leute, wir sind jetzt hier, wie immer, bei McDonalds. Ihr denkt euch so, jo, wie kann ich jetzt hier McDonalds abnehmen, Leute? Das geht natürlich nicht. Aber, ey, ich musste einfach hin. Ich habe so krass Hunger, Leute. Und ich schaue jetzt mal, was ich am allerbesten beschränken kann. Hätte ich jetzt freie Auswahl, Leute, ich würde mir sowas von den Double Royal TLS holen. Wir müssen heute auf jeden Fall ja ein bisschen gesünder leben, Leute. Och, Mann, ey, Leute, ihr wisst, was ich bestellen muss. Den Snack-Salad, Leute. Und, ey, Bro, ich hätte richtig Bock auf so eine Sprite oder so. Cola Zero kann man... Ja, nee, selbst die ist, glaube ich, nicht gut genug, Leute. Bestellen wir nochmal ein Wasser. Das wird richtig ekelhaft sein, sage ich euch. Aber egal. Okay, let's go! Oh, 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 oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, ich bin so dünn schon! Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wow! Ey, ich habe so viel abgenommen. Ich war nicht so schnell rutsch. Mega! So, Leute, ich bin jetzt hier bei Starjump und ich gehe jetzt zum Fußballfeld. Ein bisschen Fußball spielen, weil so viel... So nehme ich richtig, richtig viel ab. Und dabei natürlich noch Kakis und Primefetzen. Boah, Leute, ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich habe gerade 0% Vorkrieger. Also, guckt euch das mal an. Hier diese richtig alten Tomatenscheiben. Alter! Ah, Bro! Oh, ey, das ist unnormal sauer! Also, Leute, ey, mehr schaffe ich nicht. Ey, ich habe gar keinen Bock mehr, Bro. Ich glaube, ich weiß auf jeden Fall, was ich gleich noch mal als Nacht- bzw. Abendessen machen werde. Ich würde sagen, let's go! So, Leute, ich würde sagen, mit Rutschen habe ich jetzt genug. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause und machen wir jetzt erstmal was Leckeres zu essen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Let's go! So, Freunde, und ich würde sagen, jetzt machen wir was zu essen. Und ich habe mir überlegt, Leute, was gibt es Besseres, wenn man eine schnelle Zubereitung braucht. Da habe ich mir hier HelloFresh rausgelegt, Leute. Ich habe hier zwei richtig geile Rezepte am Start und ich kann überhaupt nicht kochen, sage ich euch. Ist super einfach auf jeden Fall. Wir haben hier zwei Gerichte, wie gesagt, die ich hier am Start habe. Und ich habe mich entschieden, ich werde das hier machen. Hier habe ich auch drauf, wie das gemacht wird. Ihr müsst schon mal gleich genauer an, Leute, richtig nice. Also, Leute, ihr könnt euch gerne mal HelloFresh. Über den ersten Link unten in der Videobeschreibung könnt ihr 120 Euro Rabatt bekommen auf die ersten neuen Bestellungen. Die über den Link, das Kaufen wird es aufgeteilt, Leute, sehr nice. Wir fangen erstmal an, hier das alles auszupacken und fertig zu machen. Wie gesagt, für das Gerichte haben wir uns entschieden. Alles super frisch, meine Freunde, das war mir auch ganz, ganz wichtig. Wer kennt sich, man hat keine Zeit, Essen zu bestellen oder Essen zu machen. Die haben einfach alles super unkompliziert zugeschickt. Und man hat hier zum Beispiel, hier haben wir Orange und das ist zu Orange Nummer 14. Und die eine ist zu dem anderen Rezept. Da kannte ich auch richtig gut einfach abnehmbar, ja. So, Freunde, ich bin hier schon kräftig am Kochen. Ich mache mir jetzt hier gleich noch ein bisschen anschneiden. Das steht ja auch noch drauf. So, Leute, ich bin jetzt fertig mit allem. Und es ist alles, ey, das ging super einfach. Vor allem, was das Geiles da ist, es gibt so viele Gerichte, die man hier bestellen kann. So, Leute, wir haben jetzt alles fertig. Ey, das ist super einfach. Ich sage euch ehrlich, und dieses ständige im Geschäft kaufen ist mir viel zu anstrengend und viel zu kompliziert. So, ich würde sagen, ich teste jetzt mal mein selbstgekochtes Essen hier. Das ist das erste Mal, das ich gekocht habe, Leute. Das ist auch super lecker. Ja, eine 10 von 10 werde ich gewinnen. Ihr könnt euch HelloFash über den ersten Link unten in der Videobeschreibung. Ich muss mir die 10.000 Euro schnappen. Let's go. Robin, wenn du das siehst, und ich jetzt ein Tor mache, ich kriege von dir 50 Euro. Und hier aber, okay? Leute, ich packe jetzt ein bisschen Party. Leute, ich bin mir schon total leicht. Ich habe mindestens schon 10 Kilo abgenommen. Es ist mittlerweile deutlich später. Wir haben es, wie spät ist es, Frage? Halb drei. Es ist halb drei. Ich habe bisher tatsächlich, ich muss zugeben, ich habe eine, so eine Müslirie gegessen, weil es echt nicht mehr ging. Wir waren schon schlecht. Ich konnte nicht mehr. Und ein bisschen getrunken habe ich vielleicht auch, aber ich habe mich zurückgehalten. Ich muss nämlich schnell und viel abnehmen. Und mehr mache ich eigentlich nicht. Ich spiele jetzt ein bisschen noch mit Leo. Leo! Dann bin ich auch noch mal ein bisschen laufen hier. So Leute, wir gehen jetzt hier in den Edeka rein und jetzt gönne ich mir auf jeden Fall das Abendessen erst mal. Was heißt Abendessen, Leute? Ich bin die ganze Zeit hier am Essen kaufen. Ihr denkt euch jetzt so bestimmt, Leute, Lukas ist verrückt, aber ich werde das, was ich suche, hier in der Gemüseabteilung finden. Das hier, Leute. Ich werde einfach einen Basilikumtopf essen. Die Blätter einfach abkauen. So Leute, ich bin hier jetzt vorm Fitnessstudio. Ich bin hier extra hingelaufen. Es ist richtig kalt draußen. Jetzt wird das mal richtig gepumpt. Ich sage euch ehrlich, ich hole mir die 10.000 Euro. Die anderen haben keine Chance. So, hier wird erstmal ein Wasser gegönnt. Heute muss ich richtig gesund leben. So, let's go. Wasser ist am Start. Jetzt wird umgezogen. So Leute, ich hab's in den Park jetzt. Hier ist schon so heiß. Ich habe, glaube ich, schon voll viel abgenommen. So, ich bin jetzt so kaputt mit dem ganzen Sport. Taki-Sessen. Ich schmiert so sehr. Ich mache nicht. Aber ich werde noch abnehmen. Ich werde gewinnen. Ich fette jetzt den ganzen Topf weg. Was geil ist. Alter. Das schmeckt auch einfach echt gut, Leute. Wir öffnen nochmal hier ein bisschen Prime. Ich würde sagen, euch fette jetzt mal den Topf weg. Wir sehen uns gleich. So Leute, jetzt geht's erstmal hier aufs Laufband. Ein bisschen Laufen. Auch ganz wichtig. Sport muss natürlich sein. Dass wir zum Waren werden hier ein bisschen. Let's go. Rein in die Masse. Ich gehe jetzt hier erstmal locker eine Stunde laufen. Lange ist es her, wo ich hier drauf gewesen bin, sage ich euch ganz ehrlich. Ich werde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich fertig bin mit Laufen. So Leute, das ist so die vierte Tüte, wo ich voll gegessen habe. Aber ich werde so richtig schön sein. Mein Mund brennt auch so. So Leute, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal weiter. Ich habe jetzt so fünf Stunden Fußball gespielt. Und sechs Klassen Prime gedrückt. Jetzt die letzte. Alter, ich sage euch ehrlich. Es schmeckt auch, es schmeckt besser als der McDonalds-Salat. Ich bin ganz ehrlich mit euch, Leute. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch mal ein bisschen ein Homework-Out hier, Leute. So Leute, jetzt machen wir mal hier das Bankdrücken, ne? Ich gebe da echt mein Bestes, ich sage euch ehrlich. Ich bin da echt lange raus, aber für die 10.000 Euro, was ich heute machen. So Leute, die Bankdrücken haben wir jetzt auch geschafft. Ich werde jetzt sagen, wir gehen jetzt zur nächsten Übung. So Leute, let's go. Jetzt wenn ihr die Arme trainiert. So, ich bin damit auch fertig. Ich werde sagen, wir gehen jetzt weiter. Jim ist heute erledigt. Ich habe jetzt so zwei Schokokrocess. Da ist ja ein Hoteller drin. Das essen ja immer die Fußballer. Das ist auch total gesund. Ich habe so Gewinn. Ich sage es euch, Leute. Ich werde ja eh gewinnen, deswegen kaufe ich mir jetzt einen Kinderpunch. Ich werde dann anstoßen auf die 10.000 Euro. So Leute, ich bin jetzt auch noch mal hier ins Jump'n'Fly Mörfelden-Walldorf gegangen. Ey Leute, ich bin jetzt hier einfach noch in so einem Jump'n'Haus gegangen. Nur hüpfen und so, damit ich richtig dünn werde. Ich mache jetzt erstmal den Parcours hier. Ey, ich werde so viel abnehmen. So Leute, ich bin jetzt erstmal hier, schönen McDonalds. Ich werde jetzt so richtig alles wegfetzen. Ich werde so gewinnen, ey. So Leute, das hier habe ich jetzt erstmal bestellt. Das werde ich so richtig wegfetzen. Ich habe mir jetzt noch so einen Opa geholt, dass er mich will. Ey, Alter. Ticker, das ist doch Marvin. Ey, Marvin. Was machst du denn hier, Junge? Du denn hier? Ich fahre ins anderen Ende der Welt und du bist da. Ey, Bro, ich bin hier extra hingefahren, weil das das krasseste Jump'n'Fly hier ist. Ey, Mann. Ja, komm, mach mal hier deinen Ninja-Parcours weiter. Leute, ich bin richtig sauer. Der fährt einfach hier hin. Das hier habe ich jetzt alles bestellt. Den Burger drauf ist. Das ist ja voll ungesund. Von dem Salat werde ich ja total dick von. Mensch, den Salat muss ich ja richtig einfach wegmachen. Leute, ich wollte hier ein bisschen Basketball zocken. Let's go, Mann. Und let's go. Alter, direkt den Korb. Ich werde den jetzt ärgern. Du nimmst gar nichts ab. Ey, aua. Mann, Lukas. Junge, hau mal ab. Jetzt hier, das ist mein Jump'n'Fly. Ja, ja. Gib mir jetzt bitte den Ball. Willst du den Ball haben? Ja. Hier, hol dir den. Ey, Junge, Mann. Junge, Leute, Marvin macht mir immer alles nach. Ich habe gesagt, ich fahre ins Jump'n'Fly. Das war meine eigene Idee. Alles ungesunde ist weg. Eins, zwei, drei. Ja. So, Leute. Ich habe hier noch einen Salat und Geld. Aber ich habe nur die Nacken. So, Leute, ich schmeiß jetzt die Wasserflasche auf Lukas. Bin sauer. Lukas? Ja? Hier, fang mal. Hey, Digga, die ist offen. Bist du dumm, Alter? Ja. Wow. Leute, ich werde mal mit so was von nass machen jetzt. Wow. Was ist? Ey, Lukas, hör auf. Wow. Mann, ey. Digga. Junge. Das ist mein Wasser. Geh jetzt weg hier. Tschüss. Let's go, Leute. Oh, hier kann man richtig geil hüpfen. Ey, Leute, ich sage euch, der nervt mich so hart. Ich hole mir die 10.000 Euro. Ich mache von hier oben Trickshot. Let's go. Oh. Oh, mein Gott. Hat nicht geklappt, Leute. Zweiter Versuch. Oh, ich habe Hörn-Ans. Oh, oh. Wow. Alter, du bist ja richtig hingefetzt. Geht's dir gut? Ja, ja. Ach so, schade. Leute, wisst ihr was? Ich werde das mal einfach mit einem Wirkel abwerfen. Abfahrt. Ja, ich gehe jetzt. Schau. Ey, warte. Guck mal, weißt du, was saukrass an den Dingern ist? Guck mal, siehst du den? Ja. Haha. Let's go. Ja, ja, hau ab, ey. Das ist mein Jump-House. Leute, das habe ich echt geil gemacht. Ey, voll geil. Mann, jetzt kann ich mich mal mal in den Cola bringen und beim Burger essen. Cola ist umgekippt. Ich muss jetzt einfach alles laufen. Ich gehe da mal. Tschüss, Leute. Ey, Leute, wir haben jetzt mitten in der Nacht und ich gehe jetzt einfach hier noch eine Runde schwimmen, damit ich noch ein bisschen abnehme. Wir haben hier richtig heiß reingemacht in das Wasser rein, da habe ich richtig voll schwitzen alles. Guckt euch das mal alles an hier. Und dann haben wir einer gar keine Chance gehabt. Wer kann schon von uns behaupten, dass ihr um drei Uhr nachts schwimmen geht? Boah, ist das krass. Ihr gebt euch das einfach mal alles. Soll ich schwimmen jetzt mal in der Bahn, würde ich sagen, gehe ich gleich nach Hause und sieke mich mal. Aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall gewonnen. Das wird keiner, da hat keiner eine Chance. Let's go. Egal, ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Wenn ich zu Hause bin, dann wiege ich mich. Ich muss unbedingt gewinnen. Ich brauche das Geld. Okay, Leute. Die Challenge ist beendet. Ich werde mich jetzt wiegen abschließend. Okay, let's go. Also, was zeigt die Waage an? Die Waage zeigt an. 78,7 Kilo. Das bedeutet, ich habe 1,3 Kilo abgenommen. Ich hoffe, dass die anderen... Es kam mir gerade so wenig vor. Bitte bin ich nicht letzter. Ich hoffe, ich bin... Oh mein Gott, ich weiß nicht. Jetzt schauen wir mal, wie es bei den anderen aussieht. Hier ist schon der Kinderset. Ich werde schon die 10.000 Euro gewinnen. Jetzt wird aber erst mal gebogen. Dann werde ich die Party veranstalten. So, Leute. Jetzt beginnt das Wiegen. Ich stelle mich jetzt drauf. Was? Das sind ja ein paar Kilo mehr. Hä? Wieso denn ein paar Kilo mehr? Die Waage ist kaputt. Hä? Dieser Scheiß, der ist ja richtig kaputt. Hä? Was ist das denn? Ich habe einfach 9 Kilo mehr gebogen. Ich habe einfach 9 Kilo mehr. Hä? Ich habe gedacht, ich werde richtig dünn. Ich trinke das jetzt einfach aus Brust leer. Okay, Leute. Es sind auf jeden Fall jetzt die 24 Stunden um. Leute, Alter, ich bin richtig müde, sage ich euch. Und mal schauen, wie ich jetzt wiegen werde. Oh mein Gott, 72,5. Also ich habe, glaube ich, dann 2,6 Kilo oder so abgenommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe, ich habe damit gewonnen. Alter, lasst auf jeden Fall nochmal einen fetten Like da. Ein kostenlos Abo hier beim Malens Kanal. So, Leute. Oh mein Gott. Es sind einfach 24 Stunden rum. Und ich hoffe, ich wiege weniger als die anderen. Let's go. Ich würde sagen, ich wiege mich jetzt. So, wir gucken, wie viel habe ich abgenommen. Oh mein Gott, 5 Kilo, Leute. Let's go, Alter. Ich bin einmal raus. Das war es. Lasst einen Daumen hoch oben da. Kostenlos Abo.